Er versteht nicht, wie er das jetzt am besten machen soll. Warte mal. Befreien wir dich einmal vom Speer, dann klappt das auch besser, ne? Komm. So. Jetzt ist alles wieder cool. Okay. Eigentlich ist sowieso schon so ein Ding der Unmöglichkeit, dass halt diese Wippe hier grundsätzlich vorne, wo das kleinere Gewicht ist, immer überkommt. Ist schon so ein bisschen seltsam. Na komm. Ja. Ja. Und jetzt draufhauen. Hui. Okay. Bin oben, aber ich weiß nicht, wo ich bin. I'll be back. Lass mir hier einen Hebel drücken. Weil es kann. Da 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 da. Gehen wir doch gleich mal durch. Ach, jetzt bin ich hier. Ah. Trikot. Da ist er. Kommst du auf uns selber hier hoch, ja? Wäre ja schön. So. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch andere Türen. Die man auch mal alle aufmachen sollte. Einfach mal weil. Eigentlich hab ich keine Ahnung, wo mich das genau hinführt. Aber durch eine von diesen Türen werden wir jetzt durchgehen. Trikot findet die Tür ganz toll. Dann gehen wir doch hier mal durch. Aber hier kommen wir nicht durch. Dann gehen wir halt durch die andere. Komm. Hier gibt's einen Durchgang. Soll ich hier über das Dach dann wahrscheinlich irgendwie rüber? Immer zwischendurch Trikot rufen, ne? Damit er weiß, wo ich bin. Ähm. Gut, jetzt bin ich ja auf der anderen Seite dieses Tuches. Aber. Das bringt mir eigentlich auch eher wenig, oder? Vielleicht seh ich da noch irgendwas, wenn ich jetzt gleich auf ihn hochkletter. Wo ich denn dann hin soll, oder so. Nein. Ich bin ja da. Alles wird gut. Ne? Alles wird gut. Komm, jetzt kletter doch mal hoch. So. Ja, stimmt. Er kann ja auch einfach irgendwo hinspringen. Ich denke immer, ne? Zu sehr daran. Wo muss ich denn jetzt hin? So. Du könntest mich ja da hinspringen, oder? Mit deinen gigantischen Sprüngen. Oder wäre das nicht im Bereich des Möglichen? Kannst du nicht hier springen? Man weiß es nicht genau. Ja. Sag doch, das geht. Geht nicht, gibt's nicht, oder so, ne? So, und du? Da wird's so hoch? Bist du sicher? Ja, dann spring mal. Zeig mir mal, dass du's kannst. Nein, 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 nein. Nicht wieder zurück. Nein, da fand ich die andere Richtung schon besser. Bin ich ja ganz ehrlich, ne? Na, vielleicht nicht unbedingt auf der Stelle hier springen. So, und dann gehen wir mal hier durch. Das hab ich vorher gar nicht so richtig gesehen. Erst als es zu spät war. Ne, Trigo. Nein. 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 Ich hab dir Befehl gegeben, da lang zu gehen. Nicht da hin zu springen. Einmal mit Profis. Also nochmal, bitte. Da haben wir hier, Cap Marsch. Ja, jetzt hast du dich verkeilt, ne? Und jetzt weißt du nicht, wie du zurückgehen sollst. Los. Immer in diese Richtung. Auf ein Tier rumzutrampeln, ist aber auch nicht sehr nett, ne, oder? So. Jetzt aber wieder hinspringen. Und dann steig ich ab und dann folgst du mir einfach. Ganz einfach. Sonst bist du ja so störrisch. Willst du nicht? Ja, da hin. Go. Oh, go, oh, go. Das ist nur ein Wasserfall. Der tut dir nix. Och, wie weit musst du denn jetzt hin zum Wenden? Och, Trigo. Och, Trigo. Was hast du denn jetzt vor? Nee, Trigo. Nein, Trigo. Das lassen wir mal, ne? Trigo, komm her. Komm einfach hierher. Du musst jetzt nicht auch beleidigen. Lieberwurst machen, ne? Du kannst jetzt einfach mal herkommen. Eigenwilliges Tier. Ich meine, das ist okay. Es ist ein Tier. Ne? Darf auch mal einen eigenen Kopf haben. Also, spielerische Perspektive ist so. Ich habe Fehler erteilt, ne? Und hänge jetzt hier unnötigerweise ein paar Minuten länger fest. Weil das Tier sagt, ja, nee, den Befehl habe ich nicht verstanden, nee. Oder ich will den nicht verstanden haben. Das ist schon ein bisschen so. Weißt du? Wie man nicht toleriere ist. Weil es ist im Prinzip ein Tier. Du kannst ein Tier zwar dressieren, aber es hat immer noch einen eigenen Kopf. So. So, jetzt spring da rüber. Nein, nicht dahin. Das ist vollkommen irrelevant. Trigo. Dahin. Komm schon. Und, 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 und. So. Und jetzt steige ich einfach ab. Und dann folgst du mir. Trigo. Du folgst mir. War das denn jetzt so schwer? Ich frage ja nur. Da haben wir auch ein Fass zur Belohnung. Ist ja nicht so, als würde ich nur in die Irre führen. Siehste. Hat sich doch ein bisschen gelohnt, oder? Komm schon. Sag, es hat sich gelohnt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da oben. Hast du meinen Fass schon gegessen? Ich glaube, er hat er diesmal nicht zugeguckt. So. Da lang will ich. Komm, spring. Spring hoch da. Nicht wieder nach draußen gehen. Nein, nicht nach draußen gehen. Trico. Trico. Dahin will ich. Ja. Ja, du siehst es schon. Jetzt da nur noch hin. Trico. Ja. Da hoch. Doch. Da wollen wir hin. Trust me. Ich bin hier the brain. So. Und jetzt? Klasse. Das Wasser. Ich weiß, warum man da nicht hinwollte. Okay. Tipp tauchen. Wahrscheinlich, damit ich dann da irgendwie reinkomme, oder so. So. Und hier wieder hoch. Okay. Ich weiß nicht, was du hier machst, aber mach einfach mal. Ich mach das Tor auf, aber wozu? Wozu, wenn ich hier auch so vorher kam? Ich meine, hier mit... Boah, wo sieh ich hier mit dem Tier hin? Gibt's aus, ne? Da oben geht's ja noch irgendwo hin. Trico. Trico. Endlich mal gewaschen, ne? Na komm, wir müssen in diese Richtung. Also, ich glaube, wir müssen da hin. Trico, wo willst du hin? Anscheinend nicht da hin, wo ich es mir gedacht hab. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Ich glaube, er hat schon wieder Hunger. Ich meine, gut, wenn der richtig Hunger würde er sich hinsetzen und sowas. Ne? Aber... Naja. Na komm. Wir müssen in diese Richtung. Ich weiß, da wirst du wieder nass. Du bist nicht wasserscholl. Du bist kein Gamer. Ich laufe so lange auf dir rum, bis du das dann irgendwann machst. Das ist nur Wasser. Geht doch. Und immer weiter. Und weiter. Ich mach dir eine Kopfmassage. Wow. Wow. Okay. Damit hab ich jetzt nicht so richtig gerechnet. Okay. Okay. So, ich sehe da hinten schon hier wieder so ein Tor. Wahrscheinlich darf ich dann hier wieder die Drecksarbeit machen und wieder alles aufmachen. Wäre ja nicht das erste Mal, ne? So. Einmal tauchen, bitte. Auf, dass ich da irgendwo das Ding ins finde, was ich suche. So, ich lasse erstmal festhängen. Ich tauche nochmal auf, nicht, dass mir irgendwie die Luft ausgeht. Muss ja auch nicht sein. So. Und Dreieck. Ich wollte schon sagen Y. Aber das Dreieck, das ist auf der Playstation. Boah, das war aber schon ein bisschen knapp hier, ne? So. Und jetzt? Wie soll ich jetzt da hochkommen?